Ja, wahrscheinlich halte ich heute noch eine Rede bei einer Corona-Demonstration in Köln, deswegen nur ganz kurz. Ja, in Griechenland und in Serbien sieht man schon sowas wie Revolten sozusagen oder den Corona-Irrtum. Ja, in Griechenland und Serbien fast schon Aufstände, sozusagen. Ja, das Dilemma ist wirklich die Politik und der Mainstream der Medizinindustrie, die glauben den Irrtum. Ja, das ist also keine böse Absicht von denen, die glauben denen. Die Marktwirtschaft ist halt ein System, in dem gewinnbringende Irrtümer, karrierefördernde Irrtümer und vorteilbringende Irrtümer zu Erfolg führen. Und wenn wir das System nicht ändern, wird das immer so weitergehen, wird das Menschheitsspiel immer so weitergehen. Im Moment läuft es so, dass da Forscher sind, die glauben und bringen Studien hervor, die ihren Glauben scheinbar bestätigen, dass jetzt also Corona natürlich besonders noch das Gehirn angreife. Jetzt die neueste Meldung, Corona greift das Herz an. Dann die Aussage, nein, wenn du Corona gehabt hast, dann hast du keine dauerhafte Immunität dagegen. Also alles läuft darauf hinaus. Alle diese sozusagen Irrtumspunkte laufen auf drauf hinaus. Ohne dass ihr uns die Impfung abkauft, lassen wir euch nicht locker, habt ihr keine Chance. Also es wird quasi ein psychologischer Impfzwang erzeugt in den Menschen. Und das ist ganz normal, weil die Medizinindustrie und die Pharmaindustrie leben genau davon, dass sie in den Menschen die Illusion erzeugen und dass die ohne deren Maßnahmen nicht leben könnten. Denn darauf fußt das marktwirtschaftliche Geschäftsmodell des pharmazeutisch-medizinisch-industriellen Komplexes. Und der hat nun mal jetzt das Regiment, weil der Zentralirrtum in der Politik ist, dass man Industrien glauben könnte. Die Politik würde gerade noch, auch die Medien und die Politik würden ja verstehen, sozusagen, dass sie sich wegen Ernährungsfragen nicht an die Fastfood-Konzerne wenden dürften, um von denen Expertisen zu bekommen, was angeblich gesund sei. Aber leider ist es so, dass auch für die Journalistenschaft und für die Politik sozusagen der Arzt ein Vollgott in Weiß ist. Und irgendwie glaubt man der Medizin- und Pharmaindustrie jedes Wort, während man wahrscheinlich der Fastfood-Industrie nicht jedes Wort glauben würde. Aber dieser Zentralirrtum, der natürlich auch dadurch besonders zustande kommt, dass die Journalisten, die öffentlich-rechtlichen Journalisten natürlich 20, 30, 40, 50 Prozent ihres Gehaltes von der pharmazeutisch-medizinischen Industrie bekommen, über Werbespots, da, und wer's Brot ist, das Lied ich singe. Solche Evolutionsprozesse verlaufen da natürlich immer und laufen da ab. Und dass eben letztendlich die pharmazeutisch-medizinische Industrie wahrscheinlich auch gute Parteispenden an die CDU macht und so weiter. Und so kommt es dann natürlich dazu, dass man unter Freunden sich halt glaubt. Und wie gesagt, und die Ärzte sind einfach durch ihre Ausbildung zutiefst überzeugt, dass eben Viren und Bakterien generelle Killer seien. Und diesen Irrtum, der ist also ein geschäftsfördernder Irrtum, ein vorteilbringender Irrtum, ein gewinnbringender Irrtum, ein karrierefördernder Irrtum. Und wenn wir die Marktwirtschaft nicht beenden und nicht neue sozusagen Steuerelemente wie die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten zugleich und viele andere Steuerelemente in allen Behörden, Untersystemen der Gesellschaft und Wirtschaftssystemen der Gesellschaft, wenn wir das nicht einsetzen und auf diese Weise sanft die Marktwirtschaft nicht beenden, also eben nicht, wenn wir sie nicht beenden, dann wird das immer so weitergehen. Das heißt, nach Corona kommt dann die Flamingo-Krippe und dann kommt die Strauß-Krippe und dann kommt die Elefanten-Krippe und dann kommt irgendwann die Giraffen-Krippe. Ja, also das heißt, das wird immer so weitergehen, weil das System immer so weiterläuft. Ja, wie gesagt, die CDU hat dieses Jahr wieder, glaube ich, über 600.000 Euro Parteistabenden bekommen, während alle anderen Parteien fast nichts bekommen haben. Ja, das ist das Dankeschön der Wirtschaft, wahrscheinlich der pharmazeutischen Industrie für das, ja, für diese aus deren Sicht vernünftige Politik bei Corona, sozusagen. Ich glaube nicht, dass die anderen Konzerne viel gespendet haben, weil die sind ja nur, werden ja geschädigt durch die Corona-Maßnahmen. Vielleicht kam auch eine Spende von Amazon-Chef Jeff Bezos, müsste man mal nachgucken, von wem die Spenden alle sind. Ja, dann gehen wir es nochmal durch. Die Rest der Nachrichten, Kinder leiden. Solche Berichte sind aufgetaucht. Unsere schulzentrierte Welt kommt nicht klar damit, dass plötzlich die Eltern jetzt die Kinder wieder selbst unterrichten und bespaßen müssen, sozusagen. Also unsere ganze Gesellschaft ist ja quasi auf der Trennung von Kindern und Eltern aufgebaut. Und das ist jetzt natürlich schwierig und führt zu riesigen psychischen Problemen, wenn jetzt plötzlich die Eltern wieder den ganzen Tag die Kinder um sich herum haben oder sich um sie kümmern sollen und müssen. Ja, dann China hat angeblich wie Amazon auch ein wirtschaftliches Hoch zu verzeichnen. Das war ja die Grundidee, wie weit China als scherzhafte Idee war ja schon, habe ich ja schon vor Monaten geäußert, wie weit China die kapitalistische Welt von ihrer eigenen Pharmaindustrie und Medizinindustrie zerstören lässt und daraus sozusagen als wirtschaftliche Weltmacht Nummer eins vielleicht hervorgeht aus dem Ganzen. Ja, weil man sich in China nicht so stark von der Pharmaindustrie und Medizinindustrie kaputt machen lässt, wie das die kapitalistischen Länder machen, machen lassen. Also die lassen ja mit sich jetzt alles geschehen. Gut, dann hier diese dann, der Bolsonaro ist ja längst wieder gesund von Corona und die Präsidentin von Bolivien fühlt sich auch gesund trotz Corona. Also Corona ist eben harmlos. Also oder eben höchstens eine kräftige Grippe. Ja, also und Bolsonaro hat es nichts groß ausgemacht. Und der Präsidentin macht es offensichtlich auch nichts aus. Aber die ist trotzdem freiwillig ins Corona-Gefängnis gegangen, Quarantäne-Gefängnis, Corona-Quarantäne-Gefängnis gegangen. Ja, und dann so ein paar Überlegungen zur Erbschaftssteuer und anderen Steuern. Erbschafts-, Vermögenssteuer, Unternehmenssteuer, Einkommenssteuern. Ja, die kann man vielleicht auch, wenn dann die Wohlfühlstimme eingeführt ist, kann man die eventuell auch noch ein bisschen erhöhen. Man muss halt immer, man darf ja nur so weit gehen, dass es zu keiner Abwanderung kommt. Also die Abwanderungsgefahr, das sagt auch der eine, der Professor Truger von den Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, unserer Konkurrenz sozusagen, ja, dass da eben, man muss immer auf die Abwanderungsgefahr achten. Und wenn in Deutschland dann so hohe Lebensqualität ist, sozusagen, dass die Leute gerne in Deutschland bleiben, dann kann man auch eventuell Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Unternehmenssteuer, Einkommenssteuer etwas erhöhen. Aber immer Vorsicht, ja, nicht, dass wir sozusagen, dass die Fähigsten des Landes abwandern und die Fähigsten Unternehmer des Landes abwandern, ihre Unternehmen mitnehmen, die Arbeitsplätze mitnehmen und dann Deutschland ruiniert übrig bleibt. Also darauf muss man ständig achten, ja, wenn man also die Fähigsten aus dem Lande treibt, dann ist Deutschland kaputt und Europa auch und so weiter. So was wie die Arbeitssicherheitsgesetze, so die Arbeitsschutzgesetze und so weiter, die werden überflüssig sein nach Einführung der Wohlfühlstimme, der Gesundheitsdaten, der Langlebigkeitsdaten und der Wirtschaftswunderdaten, weil jeder Arbeitgeber wird maximalen Arbeitsschutz machen, denn wenn da auch nur einer sich verletzt bei der Arbeit, dann gibt er ja schlechtere Wohlfühlstimmen ab, hat schlechtere Gesundheitsdaten. Wenn er sogar getötet wird bei einem Arbeitsunfall, dann gibt es schlechte Langlebigkeitsdaten und da blutet dann der Arbeitgeber so sehr, dass er das vermeiden wird mit maximalen Arbeitsschutzregelungen im Betrieb und mit maximaler Arbeitssicherheit sozusagen. Also man sieht, dass die Wohlfühlstimme und die anderen Maßnahmen ganz viel Bürokratie überflüssig machen, weil das dann von den Unternehmen selbst praktiziert wird, weil sie da nur noch große Verdienstzuschläge bekommen können, wenn sie das Ganze machen. Ja, also das heißt also ganz kurz wieder noch einmal, also wie funktioniert die Marktwirtschaft? Marktwirtschaft und Arbeitsteilung funktionieren so. Hier war der erste Früharzt der Evolution und er hat sich noch nicht geirrt. Der war in der Wahrheit und sagte, ja, also nee, so diese winzigen Lebewesen, später genannt, Viren und Bakterien, sind nicht besonders gefährlich, sondern ihr müsst einfach nur euch naturbelassen ernähren, naturbelassen Sport machen und bewegen und naturbelassen euch entspannen und in Liebe leben, in euren Liebeskommunen und so weiter. Dann habt ihr starke Immunsysteme und so weiter, dann braucht ihr mich nicht. Und deswegen stirbt dieser Früharzt auch aus, weil er einfach nicht viel verkaufen kann. Während dieser Früharzt irrt sich und sagt, nein, also die späteren Minitierchen, also später Viren und Bakterien genannt, das sind Killer, ihr braucht meine Maßnahmen, ihr könnt euch ruhig denaturiert ernähren, das ist genauso gesund, aber ihr müsst eben meine Medizinprodukte kaufen, Impfungen, Tests, Operationen, Chemotherapien, Antibiotika und so weiter. Nur so könnt ihr gesund leben, dadurch leben die seine Kunden, essen sich krank dadurch sozusagen und leben den falschen Lebensstil, werden immer häufiger krank. Er kann hier viel verkaufen, kann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahre von Professor Drosten und Lauterbach sozusagen. Und dann diese ganzen, diese gewinnbringenden Irrtümer, diese vorteilbringenden Irrtümer, diese karrierefördernden Irrtümer sind das, was uns alle umbringt. Und deswegen müssen wir Marktwirtschaft und Arbeitsteilung unter ein gesundes, nicht pseudoplanwirtschaftliches, sondern ein echtes planwirtschaftliches Schutzdach bringen mit Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und anderen Steuerelementen, müssen wir alle unsere Systeme menschenfreundlich machen, sodass also sozusagen unsere ganze Gesellschaft alles tut, um unser Leben zu verbessern, zu gesünder zu machen, langlebiger zu machen, glücklicher zu machen und reicher zu machen sozusagen. Und alles andere, was es so gibt, sind Irrtumsansätze, die also sozusagen das leider nicht können, die auch vor allem nicht die politische Kaste, wir müssen vier, die vier herrschenden Kasten überzeugen. Politische Kaste, Journalistenkaste, Unternehmerkaste und Lobbyistenkaste. Und wenn wir die nicht davon überzeugen können, dass das die Reformen, die 20 Reformen der nextscientistsforfuture.de, wenn wir die nicht überzeugen können, dass das von Vorteil für sie selber wäre, dann haben wir verloren. Und das können eben nur die nextscientistsforfuture, diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Und alles andere, diese Konzepte hier, diese können weder diese vier herrschenden Kasten überzeugen, noch irgendjemand sonst wirklich dauerhaft überzeugen. Aber das sind die Leute, mit denen man noch reden könnte, weil sie eben nicht nur Irrtümer im Kopf haben, sondern durchaus einige Wahrheiten im Kopf haben. Also sozusagen lesen sie sich das Ganze wieder durch. Alles andere, was nicht in der Liste ist, ist wahrscheinlich so voll Irrtümern, dass wir sie eben noch nicht mal interessant finden als Gesprächspartner, sozusagen. Ja, und dann hoffe ich eben, dass wir bald das hinkriegen, also mit diesen ganzen Talkshows. Es steht ja an, eventuell mit diesen acht Experten gegen den Mainstream, mit diesen Professoren, Professor Püschel, die ganzen anderen Professoren, Professor Gleske und so weiter, Talkshow zu machen. Und hoffentlich auch mit dem Sender 5 Ideen, mit Dave Brüch, sozusagen Sendungen zu machen. Ich hoffe, dass es dazu kommt. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt später dann eine kleine Rede halten, in Köln bei einer Anti-Corona oder Corona-Nachdenklichkeits-Demonstration. Ja, tschüssi, bis bald. Wo haben wir's? Tschüssi, bis bald.